Variation zum Uchimata-Hüpfen ist mit dem Partner. Vincent hat sein Standbein um das Sparringband, ich halte es fest, Vincent dreht sich jetzt mit der Hüfte gegen das Band, Bein hoch und ich dosiere den Widerstand, sobald Spannung da ist, gehe ich leicht mit, sodass Vincent konstant gegen Widerstand arbeitet. Sobald Spannung.